So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forzaton hier in Forza Horizon 3 natürlich. Heute mal ausnahmsweise um, ich guck's mal noch kurz, jetzt um 0 Uhr 18. Ich weiß nicht, warum ich normalerweise immer so zwischen, meistens Samstag, jetzt allerdings auch Freitag, so zwischen, ja, so 13 und 20 Uhr, aber heute ist es mal spät nachts, ich weiß nicht warum, ich hab irgendwie jetzt Bock drauf. Heute heißt der Forzaton am Scheideweg, eine echte Rennsport-Tradition, was da im Bild ist, ja gut, ein Caterham, glaub ich der R500 Superlight oder so, letztlich mega scheiße fahren übrigens. Heute wieder viele Sachen zu machen und auch diesmal wieder einen Porsche zu gewinnen, dazu noch später. So, zuerst haben wir hier Family Tour, schließen sie ein Online-Abenteuer ab, um Drehlose zu halten, und dazu gewinnt, das werden wir eigentlich nicht machen. Seitdem irgendwie da auf Online-Sachen keinen Bock drauf, zumindest nicht, die man nicht privat machen kann, oder halt nicht so lange dauern. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, online ist, an sich ist online, der Modus hier in Forza total cool, aber somit, wie sich wirklich online einige benehmen, das ist nicht aufzuhalten. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr selten Lobbys, wo, also auch bei Online-Abenteuer, wo Leute normal fahren, wo Leute freundschaftlich und fair fahren können. Meine Damen und Herren, das sind natürlich nicht immer alle, keine Frage, aber das ist wirklich, das nervt halt. Deswegen mache ich sowas eigentlich nicht mehr. Deswegen heute nur drei Sachen. Zwar, der erste, den wir heute dann auch machen werden, ist nämlich die Doppelschicht. Schließen sie zwei Rennen ab, um 150.000 Credits zu erhalten, weil das ist eine ordentliche Belohnung. Dann das Beste heute quasi. Gezwungene Einberufung. Holen sie mit einem extrem streckenden Spielzeug drei Sterne in einer Blitzerzone, um den Porsche 911 Turbo S zu erhalten, und zwar aus der Generation 991 übrigens. Und nach Qualifikationsrennen schließen sie eine Meisterschaft ab, um 85.000 EP zu erhalten. Und zuerst machen wir das, um den Porsche dazu zu gewinnen. Den wird auch fahren werden, aber alles erst am Ende. Zwar fach ich halt mal einen Wagen, den wir bisher noch, also bei mir auf meinem Kanal, nicht wirklich gefahren sind, außer am Carback Review. Ich glaube, der war jetzt, war dabei im Februar DLC, oder war das Januar oder Dezember, ich weiß nicht mehr genau. Und zwar der Radical, weil ich hab den Namen vergessen, RRC-X. Genau. RxC Turbo. Mit dem Motor quasi aus dem aktuellen Ford GT. Mit dem V6B Turbo. Der soll dann ganz gut geeignet sein. So. Danke, mein Freund. Das ist doch hier auch ein Extrem Track, weil ich hab noch andere Sachen nehmen können. Wie zum Beispiel FXX. Danke fürs RAM. FXX K, Sesto Elemento, GT3 R, aber ich fand ihn ein bisschen langweilig. Ich kenne da jeder. Der Wagen, der wird eigentlich nicht oft gefahren, oder sie man halt nicht so oft. Deswegen dachte ich mir, kommt das auch mal den nehmen. So. Das schafft der Kollege hier ganz gut. Geht auf jeden Fall in den Kurven mega, mega gut. Alter. Das tut er, glaube ich. Warte, der Kurvenspeed, ne? Der ist ja mal ab, nochmal. Ah. Das ging echt schnell. Alter, der Radical, ne? Die Rechtskurve noch vor der, vom Ende. Ich dachte mir, du musst da bremsen, ne? Ich dachte mir, komm, scheiße, du machst mal Risiko. Und der war, der geht um die Kurven, das ist ja ab, nochmal bei dem Speed. Also hier, ne? Die Aerodynamik ist super. Dann sieht's auch so ein bisschen, so ein dezenter Heck-Spoiler. Der Wagen, der wiegt ja auch nix, aber das ist echt mega nice. So, Porsche gewonnen. Das heißt, noch zwei Sachen bleiben. Zwei einmal zwei Rennen abschließen und eine Meisterschaft abschließen. Und ich denke, das kann man kombinieren, weil eine Meisterschaft besteht ja aus Rennen. Also aus mindestens zwei, eigentlich sogar mindestens drei, aber zwei sind dann drin. Deswegen müsst ihr mir ja theoretisch noch eine Meisterschaft fahren und der wird schon direkt durch sein. Geht's irgendwie schneller heute. Aber dafür nehmen wir einen anderen Wagen und sehen uns gleich wieder. Und jetzt geht es hier los mit einer Meisterschaft. Und zwar habe ich mir jetzt mal ausgesucht, den Lumicraft Class 10 Race Car, oder das Race Car, wie auch immer. Die Marker kenne ich auch groß gar nicht. Aber ist ja noch gar nicht bekannt, bis es halt hier in ein Spiel reinkam. So, das ist klasse, nehmen wir mal die Offroad-Buggies. Das bin ich auch bisher hier im Let's Play oder in anderen Folgen noch nicht gefahren, obwohl es ein ziemlich geil ist, das Auto ist. Wie der Name schon sagt, ist halt ein Buggy. Auch so eine Konkurrenz zum Panel Collar oder zum Aerial Nomad vielleicht auch. Ja, sieht gut aus. Alle nachher nach passt soweit. So, wo ist denn die dritte Veranstaltung? Ach, drunend ist noch eine. Ne, wir bleiben mal hier in der Gegend. Nehmen wir noch mal den hier. Bei Rennen, müssen abschließend nicht gewinnen, sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. So, das mal schreiben wir mal. Aber ich finde, er hat jetzt bei mir ein ziemlich geiles Design. Wenn wir, denke ich mal gleich sehen. Das habe ich doch. Hier in so einem... Also, ich meine, guck mal, dass ihr seid, sieht richtig geil aus. Dann habe ich nicht selber gemacht, davon abgesehen. Also, ich kann so einfacher Designs machen. Die auch wirklich nicht schlecht sind. Weil, finde ich zumindest. Auch nicht so schlecht in der Community ankommen. Aber, ich meine, sowas ist halt mega kompliziert. Aber sieht extrem geil aus. Wie mit hier DC, dem Monster. Von diesem Farbwechsel, so hinten, schwarz, vorne, so lila, blau. Ey, der sieht schon geil aus. Ist auf A-Class aufgebaut. Ja, zu meiner... Ja, ich habe es leider mit Allradern gemacht. Es tut mir leid, aber... Ich finde, bei dem Wagen... Ich habe bei dem Allradern gemacht, bei Panel Collar alle, aber nicht. Immerhin, und ich habe den Motor gestoppt auf dem Turbo Valley Motor. Weil ich es kann. Ganz einfach. So, in den Starten würde ich mal sagen. Ja, jetzt schon mal, auch die Polaris waren ja auch nicht stimmt. Wir sind mega schnell. Weck da, meine Freunde. Warte, da ist es. Ist das ein Rip-Word? Uh, der fährt auch mit. Das ist ja cool. Da müssen wir socken. Ist das ein Panel? Wie sieht so aus, ne? Da Penhall, wie es auch immer heißt. Ach, scheiße. Aber das ist nicht mal gut, aber ich finde, bei dem Wagen... Da kann man das noch gerade so machen. Ich meine, ich schalte die auch ziemlich selten Autos. Wie zum Beispiel mein Lamborghini Diablo, ein Kompressor. Das ist ohnehin, das hört sich mega nice an. Deswegen habe ich es auch gemacht, weil sie sich ultimativ geil anhört. Da habe ich schon damals eine Horizon 2 gemacht, aber das ist hier quasi im Spiel wieder. Aber erst das... Könnte noch schwer werden. Könnte... Also vor mir, der fährt nicht schlecht dafür. Im Gegensatz zu mir. Der Wut war nicht ganz fair, eventuell. Ich habe mir das genommen, was mir zu steht. Da geht schon ab, hier der Bagine. Vorher ich mal so verleistung, ich würde da eigentlich... Er hat gut 300 PS. Dafür geht halt trotzdem richtig gut ab. So, wieder links. Aber ganz schön, kann man sich sagen. Schöne Kurven. Fällt mir. War der schöne Tageszeit. Also Lichtsturm. Welches Ziel? Ja, das kann man mitnehmen. Das muss er sein. Na, na, mein Freund. Der würde erst mal überholen. Ja, also so geht das ja nicht. Erster Platz. Nomad war das, okay. Nice. Und natürlich immer dabei, im United, Losen, IP und Carbon Keller. Wenn ich die sind ohne Spaß, eigentlich bei jedem Rennen oder jeder Meisterschaft mit dabei. Das ist... Das sind so quasi meine Freunde hier. Das Spiel. Aber nur quasi. Ich meine, ich kenne keinen von denen persönlich, den noch nie gespielt. Da sind wir immer dabei. Boah, 8.000 AP, na gut, geht. Er ist nicht mehr so weit, bis level 600. Über denke ich mal, na, vielleicht zunächst über nächste Woche. Mal schauen. So, noch zwei Rennen bleiben. Aber ich hätte wieder Musik mal schauen. Schritt mal in die Kommentare und das mit dem Mann mit der Musik immer ganz nett findet. Oder er sagt, nee, das ist wieder raus. Ich bin echt mal gern interessieren. Weil ich schaue das ziemlich gerne rein. Ich glaube, das habe ich auch schon mittlerweile dreimal gemacht oder so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube schon, ne? Genau, letzten Dienstag, bei diesem Dienstag beim Vorzertan. Denn letzte Woche war quasi für euch genau für eine Woche, wenn das wieder rauskommt. Und das bevor, genau zwei Wochen. Theoretisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mache das ziemlich gerne eigentlich. Ich freue mich, das spart auch so ein bisschen Zeit. Erstens Zeit zum Hochladen, weil das auch wirklich nicht so lange dauert. Weil bei mir, wenn ich weiß, ich habe eine richtige Bambusleitung. Deswegen dauert Hochladen, naja, extrem lang. Also je nach Länge des Videos, ich sage mal, vier bis acht Stunden. Ein Video ist kürzer und kleiner, andere länger. Aber, was ich bei mir komisch finde, es gibt Videos, die sind von einer Länge her länger als andere. Haben aber eine kleinere Dateigröße. Ich frage mich aber, warum? Was hat das aus meiner Amateursicht? Ich würde sagen, keine große Anfrage, macht ja eigentlich keinen Sinn. Weil es ja auch gleiche Auflösung, auch gleiche Qualität ist ja eigentlich... Also soweit alles gleich für eine Einstellung, das ist ja nichts geändert. Wir müssten ja theoretisch längere Videos auch eine größere Datei haben. Naja, das ist halt so. Ich meine, ganz ehrlich, wir sehen, wie ich jetzt hier in meiner Meisterschaft aneinander fahre. Das finde ich jetzt irgendwie... Ach, Scheiße. Wenn ich jetzt dazu schon ein bisschen langweilig bin, sage ich mal. Aber sie können jetzt auch mal cool. Wir müssen übrigens die Meisterschaft nur abschließen, nicht gewinnen. Dann würde ich trotzdem gerne. Wer will das nicht? Ich freue mich nur Scheiße. Da war es eigentlich ziemlich leicht. Ich finde ich das wirklich ziemlich gut, weil ich eigentlich ziemlich gerne. Folgendes war bei Blackburn Games, also hier fröhlich infiziert und Flaggenjagd. Das ist eigentlich sehr gut. Das ist halt auch eine echt gute Klasse. Da gibt es, finde ich, ein bisschen zu wenig von hier in Forza. Wir könnten auch ein wenig stärker vertreten sein. wird das so 23 ist mehr das wäre schon nicht schlecht wenn ich jetzt abkürzen bei der kurve oh ja aber ich würde gerne auch dabei nach vorne kommen ja schon besser am rutschen noch hat er schön nachts noch mal nicht schlecht zu fahren 2 da was soll das hier ist nach vorne eigentlich fährten wer oh ja ich baue ziemlich viel scheiße ist wahrscheinlich zu spät jetzt zum aufnehmen eigentlich also konzentration könnte besser sein ich habe euch das scheiß bogen glaube ich verbrenzt alter edf ist aber echt nicht schlecht und ich lasse mich scheiße hallo gefördert ich ja ja es war ja fast durch nur noch ein paar zählen naja wird nämlich nur für den zweiten platz reichen wenn überhaupt ich wollte kurz an den ersten nach vor mir ist auch mal der fährt da ist es wieder ein aeronome dann war mein freund ja so man reicht ja auch so was von moment oder genau deswegen jetzt nicht jetzt auch die entscheidung genau das kann man kombinieren hatte ich mir gedacht ja komisch wenn ich mit 150 tausend credits was mit der belohung und dann nach dem nächsten dann noch mal 85.000 ip ich glaube das läuft ziemlich nicht kann man sich auch mal köln also vor allem sowieso für leute mit geld not an die länder aufsteigen möchten immer eine super sache vielleicht verdient das geld und ep und auch autos natürlich der hat ja dann auf den turbo und ich freue mich sehr mega darauf ist halt so ein geiles teil aber wie ich auch gesehen habe schon aus einigen spielschutz der hat nur 800 also es ist 1 889 punkte ziemlich wenig aber so autos oder konkurrenz so die richtung audi rvc plus dann gehen die huracan auf jeden fall noch würde ich sagen das hat man noch mal was besser geht er natürlich mehr punkte die sind so alle glaube ich über 850 ich habe gehört dass sie reichen und die schlecht sein soll was ich nur noch einmal die kletatur baut an sich nicht so schlechte reifen oder der truppe es zumindest sollten die so verkehrt sein wenn der silber und porsche wenn wir es ja gleich selbst überzeugen davon und der wagen hat auch sehr gute chancen und jetzt in stadt zu kommen sehr sehr gute aber wann ist die frage ich habe noch bis 227 jetzt aufgenommen da ich ja auch die nächsten tage der nächste woche ich drei ober ich muss ja abbiegen ja nächste woche auch noch drei tage weg bin und zwar auf klassenfahrt und das geht diesmal nach hamburg von dienstag bis donnerstag freut mich drauf so gleich logischerweise in der zeit nicht auf dem muss noch alle videos bis dahin hochladen was ich zum scheiß sind wenn sich die holen laden ja ist eigentlich kann ich mal was ja nur auf die tasse drücken das alles einstellen was er da willst und dann warten aber während ich hochlade kann ich auch wenn ich glück habe lag frei nur die sache spielen dass ich vorteilose online also was ich parallel video schauen ist nicht drin oder habe ich immer noch etwas downloaden ist eigentlich auch nicht drin deswegen bin ich da quasi wenn wir noch sagen wenn ich ein videos hochladen dann mache ich essens meistens nachts weil da geht es am schnellsten weil da auch hat keiner mit am internet ist logischerweise das wird eigentlich abends ich wenn ich bis zwei punkte wach bleibt dann nicht normal werden ja aktuell wenn ich habe ja quasi frei wenn man zu sagen kann noch eine mögliche berühmung denn was hat hier denn auch so zwei monate frei und denn halt ausbildung ich meine aber gerade noch relativ viel frei schon seit über einem monat er denke ich jetzt gerade das glaube ich seit april so und der ist irgendwie ich finde es müssen das nervt und wie ich bin auch ein bisschen zu viel freizeit wird sich aber auch nicht auch dann mal irgendwie bald ändern ich war bald gerade auch hier zu tun auch mit youtube und aufnehmen zum beispiel auch die weg ist schon aufgenommen wer es nicht weiß und zwar bis 61 also reicht noch ein bisschen bis zum glaube ich 26 juni also war für diesen voraus aufgenommen auf folgen habe ich viele wenn auch heute ist klar habe ich auch was ich auch immer wieder aufnehmen werdet in der woche kommen soll wenn auch mich ja mal zeit haben muss klappt ich ja weil diese bereich mal so wie auch ein youtube dazu gemacht oder wagen also der porsche da könnte so nach 188 830 auf jeden fall wir waren es ja was nur so geil wird eines der geilsten branche hier im spiel sind für dich noch besser würden sein denke ich mal den 18 auf jeden fall der gt3 also der neue 2016 an der gt3 rs ich bin ich besser acht scheiße denn hütten panamera ne das ist der dritte stelle eigentlich schon ich bin vom turm und riesen fern ich meine geld auch ab wie schmerz katze das ist die gt3 schnell nicht überschlagen das ist ja ganz nett danke gegner ja auch eine reichweite aber noch einen kleinen vorsprung kann sich aber bald ändern ich habe auch noch mal das soll jetzt vielmehr noch mal gemacht denn man kommt ja so hätte jetzt vorgeheirat wird sich gesehen hat vielleicht mal entscheidende bock hat mich ja das hat mit poli hat gefahren wenn man das gewinnt dann bekommt man ja wird sich immer so und diesen einen erfolg das hat gewonnen hat so das hat im fall gesehen gemacht mit mich ja also ziel hat gewonnen ich glaube ich zweiter mich ja zählte also ich weiß nicht mehr und ja es war glaube ich 1150 punkte für uns gegen 900 oder sowieso ungefähr sind auf jeden fall gewonnen aber folgt war nicht da das rennen verstanden jetzt gewonnen habe ich noch mal gefahren mit k.a.m. korb aber bei der ersten zweiter hat auch nicht geklappt er doch mal singen klar gemacht dann ging es aber sonst muss man nicht im single player machen und wenn auch den erfolg gemacht mit mit dem zander er und unter 6 30 das war easy aber was da gleich jetzt so sehr wie ich auch im hotmailzeit gefahren sind also auch ohne motor tuning ohne turbo ohne allrad ist ja trotzdem easy so noch ein paar ep gemacht zusammen vielleicht 100.000 was denn gut war ich zwar nicht aber dann vielleicht sieht er nicht so aus naja das sind denn 96.374 eb ich hoffe ich kann rechnen das ist eigentlich stamm kopfrechten erst hier nicht also hoffe ich dann kann ich eigentlich ganz gut soweit aber hier ist ein taschen ja doch lieber so stufe aufstieg erst mal wie es wird machen dann nicht gezählt jetzt mehr gucken ist genau am alter geschafft hat die land war ja nicht was werde ich eigentlich nicht machen halt höchstens vielleicht noch morgen so privat aber ich nicht für die aufnahme aber jetzt nicht großartig lust zu so jetzt bin gewinnen wie 40.000 damals ja das ist es noch in ordnung kann ich noch nicht mehr kann dann fangen wir gleich den schönen porsche alter sieht er im regen nicht geil aus der generatio 991.1 quasi nicht die ganz aktuelle version aber trotzdem noch ein ziemlich bereichertes teil müsste 560 besser haben aus einem 3,8 liter 6 in der box amator hier natürlich im heck bei porsche antrieb sieben gang pdk dann kann man machen ich glaube ich sogar zwei plus zwei sitze hat also auch vier sitze natürlich passiert sich nicht hier vier erwachsene rein vielleicht drei also wenn sie einen quernlicht oder so ein aber das stieg ist auch die felgen auch natürlich das beste vom besten eine schöne porsche keramik bremsen ja und ihr wunderschön rot als ich weiß aus wir uns dem an den kollegen das haben soll er nicht so schlecht sein oder der tonne der sound braucht mehr von der ich habe angegeben von porsche als 91 punkt 13 sekunden und nicht zum festival ist dann 1.2 der 10 ps mehr und braucht nur 2,9 sekunden der ich erlaubt daten 2,6 sekunden auf 100 das ist natürlich übel entspricht dem realen wert eines porsche 18 spider aber machen und davon hat meilen 6,8 sekunden ja auch nicht schlecht top speed 347 was jetzt aber wundert der bremsweg 40,0 meter das ich bin mir da 200 prozent sicher dass das mit dem echten porsche nicht übereinstimmt das ist da irgendwie ich weiß nicht warum aber der braucht niemals 40 meter um von 60 mal auf null zu bremsen nie im leben das ist viel zu wenig er viel zu viel meine ich er fühlst du wenig ne also will sich weder es kann so sein das ist viel also was ist da falsch wir haben was einstellen besonderes können wir nicht und ist schon einstellen wir gucken wie der hobos abgeht so lässt sich gut abgehen vor allem auch dank antrieb und halt auch porsche gehen alle gut ab mal gucken ja sagen alter 200 schieb doch und hat schon nice also herrling war ich bis jetzt nicht so von begeistert guck mal nee das ist irgendwie habe ich alles erinnerung als jetzt in ford zum oder sport 6 oder ford zum horizon 2 noch was gucken dass der am flug haben geschafft so fahren ja mit einrad so in raum technisch ja ein bisschen hochwertig vielleicht der kollekt ist auch nicht ganz günstig was kostet 180.000 schätze ich mal also jetzt der basis also ist nach oben noch die grenze die geht da geht auch ein bisschen höher der droge über 200.000 die fälge sind echt geil wir gucken was sie jetzt schafft war noch gleich ein flug test ich schieb echt das würde ich auch eine auswahl war natürlich sowohl hinten als auch vorne der verstellbaren spoiler oder so eine lippe da unten und sechsten schalten so 92 95 300 die ab fliegen kann er kann nicht gut sagen wir an volltreffer schiff ist versenkt das schiff relativ natürlich ich meine da liegt nicht gerade wenig hat aber halt auch allrad und verleistung aber es ist für die klasse gespielt ist es sag mal es ist im mittelbereich bis schwerer noch schwerer ist jetzt zum beispiel gtr der schwerer audi 8 müsste aber fast gleich viel wiegen vielleicht ein paar oder weniger und ein huracan ist halt noch leichter also als vergleich aber das sollte nicht ganz so schlecht sein mein abgehen also bestand irgendwie super bin ich auf jeden fall nicht beklagen aber bremsen es kommt mir ein bisschen viel vor ich habe ein bisschen besser bremsen erwartet vor allem weil es auch hier körperlich bremsen sind von porsche diese richtig gut packen eigentlich mehr dazu also bei dem wagen nachdem wir jetzt auch nicht so bis jetzt nicht so komisch nachher ein bisschen weiter hier in die richtung muss ich ziemlich englose sein also jetzt ending das bricht ich kann mich aber noch nicht so anfreunden ich will auch nicht mit dem wagen mag mit offensichtlich nicht jetzt mal gleich die fahrt bis nach vorne bis zur mine erst das wird sich irgendwie ungewöhnlich ich denke dass man auf jeden fall noch mit zu liegen beheben weil ich auch noch besseren reifen vielleicht auch viel seifen oder einer der nächsten ich sag mal er wird bald kommen ich weiß nicht genau wann aber es ist nicht mehr nah ich war nicht vollkommen weiß ich nicht ich bin jetzt auch ein paar folgen noch aufgenommen wenn man bis 22 ist noch ein bisschen sind noch 16 gibt es noch sieben folgen theoretisch also noch zwei wochen wenn ich halt sehen wie ich das mache aber ist ein geiles teil finde ich mir gar nicht dass ich ein spiel drin ist auch wieder beim fortsatt also nicht hier per dlc tatsächlich total also ich sag mal so ein bisschen von abgewendet der porsche schmeckt fand ich in ordnung dass es da eins gab aber auch die meisten waren auch hier per fortsatton danach finde ich super gerne noch mehr porsches unter anderem kommt ja auch noch der macan und der fortsatton der karen schätze ich mal auch was fehlt denn noch ein porsches was ich mal cool finden würde wäre mal ein normaler carrera so ein carrera s oder so oder ein boxer wir haben auch einen cayman naja mal schauen was man alles noch so machen könnte der leute noch danke fürs zuschauen bis zum nächsten fortsatton oder in einem anderen video dann noch ja von mir aus jetzt hier zu dieser uhrzeit gute nacht er fahrt bald ein uhr dann würde ich sagen tschüss bis jetzt